hallo zusammen es gibt mal wieder ein paar interessante entwicklungen im krypto markt über die ich ganz gerne mit euch sprechen würde es ist ja im moment so der bitcoin versucht irgendwie über die 40.000 dollar marke zu klettern es klappt aber nicht so richtig immer wenn wir uns dann sehr nah an die 40.000 dollar markt bewegen dann kommt wieder irgendeine kleine meldung irgendeine kleinigkeit passiert und bitcoin korrigiert wieder nach unten stabilisiert sich so ungefähr bei 35.000 dollar dann geht es wieder langsam in kleinen schrittchen hoch und das ganze wiederholt sich immer wieder es ist einfach diese total zermürbende und langwierige phase im markt in der die der breakout quasi zum greifen nahe ist aber nichts richtig passiert es liegt auch gleichzeitig ein bisschen die spannung in der luft denn größere negative nachrichten können natürlich auch dazu führen dass es überhaupt nicht weiter nach oben geht sondern dass es eher nach unten geht außerdem nähern wir uns ja jetzt auch nach und nach dem sommer und es gibt ja dieses alte börsensprichwort das lautet sell in may and go away und das ist ja tatsächlich wie ich jetzt auch gelesen habe wissenschaftlich bestätigt dass also im sommer die kurse eher nicht so stark nach oben gehen denn wahrscheinlich weil einfach viele leute im urlaub sind und irgendwie pause machen und da einfach auch dann die das volumen nicht groß genug ist um die kurse richtig nach oben zu treiben das hat sich aus meiner subjektiven sicht tatsächlich in den letzten jahren auch sehr bewahrheitet bis auf jetzt letzten sommer da war ja der defi sommer das ist eine ausnahme aber sonst war eigentlich im sommer eher nichts los es ging meistens im juni runter und dann ging es erst richtig los wieder ab september eigentlich sogar wenn man ehrlich ist so ab november oktober november das sind so monate in denen dann quasi es wieder richtig los geht und deshalb gibt es ja zu diesem sprichwort auch noch die ergänzung und zwar sell in may and go away but remember to come back in september und dass das im kryptobereich tatsächlich ein fehler sein kann das steht für mich fest man darf nicht allzu genau auf die kurse gucken man muss auch ein bisschen auf die fundamentals schauen und die fundamentals da tut sich im moment eine ganze ganze menge ich möchte ganz gerne sprechen mit euch über das thema parachain auctions bei polkadot das geht nämlich langsam los ganz langsam aber sicher kommt polkadot in den bereich wo es so funktioniert wie es auch funktionieren soll das ganze kündigt sich zurzeit an weil auf kusama kusama findet in den nächsten tagen die erste parashain auction statt und wenn ihr nicht wisst genau was das ist und so bleibt einfach dran ich erkläre das nachher in aller ruhe und die bedeutung davon die kann man meiner meinung nach zurzeit gar nicht unterschätzen dann gibt es noch ein zwei neuigkeiten aus dem bereich layer zwei bei ethereum da sieht es ganz so aus als wenn jetzt in den nächsten wochen in den nächsten monaten aber er hat sogar in den nächsten wochen etwas druck aus der ganzen sache kommt weil es gibt nicht nur polygon es gibt noch andere layer zwei lösungen die quasi in den startlöchern sind die teilweise sogar schon live gehen darüber möchte ich mit sprechen und es gibt ein paar updates zu dem ein oder anderen projekt auch über das ich schon berichtet habe integral und sparten das möchte ich auch kurz hier erzählen okay dann gehen wir jetzt erst mal rein schauen erst mal auf den bitcoin auf die kurse und zwar bin ich ja hier auf coin gecko mal wieder bitcoin steht jetzt zurzeit hier ist es samstag der fünfte juni nachmittags steht bei 36.045 dollar entwickelt hat sich ganz leicht also 0,3 prozent nach oben entwickelt in den letzten 24 stunden aber das täuscht ein bisschen darüber hinweg dass die letzten 24 stunden wieder mal irgendwie sehr sehr turbulent waren ich finde natürlich unnötig turbulent denn wie wir sehen hat es hier auch einen kräftigen dampf gegeben und dieser dampf hängt damit zusammen dass elon musk mal wieder irgendwas getwittert hat und alle wie die lemminge quasi dann über die klippe laufen warum auch immer das passiert was die leute diesen elon musk an bedeutung zu messen das ist mir völlig schleierhaft denn elon musk ist eigentlich jemand der mit dem crypto space so richtig gar nicht viel zu tun hat außer dass er irgendwie auch mal bitcoin gekauft hat wie wir alle irgendwie hier im crypto space und ja also muss jeder selber wissen wenn er irgendwie meint er müsste verkaufen bei elon musk irgendwas twittert herzlichen dank für den rabatt hier da kaufen wir also ganz gerne dann immer mal wieder nach denn das ist ja hier ein günstiger einstiegspunkt also sieht man ja hier am chart auch es ist quasi also es ist auf jeden fall ein schöner rabatt den man hier kriegt so das ist also hier in den letzten sieben tagen passiert man sieht also das was ich auch eben schon sagte wir sind wir schwanken so zwischen 35.000 dollar und 40.000 dollar es soll nicht richtig über die 40.000 hinausgehen die ganze sache bricht immer wieder ein versucht wieder hoch zu kommen und das ganze ist also eigentlich glaube ich ein bisschen so eine zermürbungstaktik weil wir schauen irgendwie alle auf den preis und denken boah wenn der bitcoin jetzt auf über 40.000 geht dann geht es richtig los dann haben wir irgendwie die fortsetzung unseres bull markets keiner traut sich aber so richtig jetzt den die fortsetzung des bull markets wirklich auszurufen alle sagen immer wenn das passiert dann ist bull market und so weiter also meine klare empfehlung dazu ist einfach überhaupt gar nicht groß auf diese dinge hören und gucken der preis macht was er will der bitcoin macht was er will jede schlechte nachricht die irgendwie nachhaltig den markt beeinflusst kann jetzt in den bear market führen es kann aber genauso gut auch der bull market sein es ist eigentlich zu spüren dass der bull market eher hier als nächstes dran ist also der bull market will die bullen wollen wieder kommen aber es klappt noch nicht so richtig man muss einfach mal abwarten was passiert in der zwischenzeit beschäftigen wir uns am besten noch ein bisschen mit den fundamentals und schauen mal wie immer wenn der markt so in einer unentschlossenen phase ist nach projekten die demnächst spannend werden könnten und dazu ist unter anderem auch mal ganz interessant nochmal quasi sich hier diese diese gesamtliste zu sortieren nach den kursentwicklungen der letzten sieben tage und in den letzten sieben tagen da sieht man also besondere gewinner sind hier in den letzten sieben tagen der curve dau token also das curve finance ist hier tatsächlich um 60 prozent gestiegen in den letzten sieben tagen und sogar noch etwas höher man sieht ja hier es hat in den letzten in den letzten 24 stunden ungefähr also so einen kleinen dampf noch gegeben und das liegt daran dass hier auch am governance modell bei curve etwas geändert wird außerdem ist ein neues projekt rausgekommen das heißt convex finance über das mache ich vielleicht noch mal ein separates video das quasi den curve token in einer bestimmten art und weise verwertet und hier also höhere rewards verspricht und was auch wesentlich einfacher zu dienen ist als curve wir wissen ja die curve seite die sieht irgendwie ziemlich old school aus und die allermeisten anfänger werden hier aus diesem ding nicht schlau da wird man also eher von abgeschreckt was ist das hier und so weiter warum gibt es bei curve es gibt hier nirgendwo wirklich ein richtiges mission statement dass den user abholen würde und so und convex finance löst dieses ganze thema so ein bisschen dadurch ist gibt es verstärktes interesse am curve token und der curve token ist daher also auch im wert gestiegen die letzte woche dann gibt es cita fuel das ist ein coin der beschäftigt sich mit einer der gehört zu einer dezentralisierten streaming plattform die auch gerade groß im kommen ist da tut sich einiges und ich hatte auch schon selber überlegt ob ich mal den ein oder anderen stream auf cita tv starte cita tv sieht ungefähr so aus und man kann hier also rewards quasi an die streamer schicken indem man t fuel denen verschickt beziehungsweise man kann auch irgendwelche items kaufen und so weiter ist also ein bisschen auf gamer optimiert die nasa streamt hier irgendwie quasi rund um die uhr ganz lustig gibt sogar schon 322 zuschauer man sieht aber hier die anderen streams sind eigentlich noch relativ stiefmütterlich mit sieben zuschauen 15 zuschauer hier gibt es mal einen der ein bisschen mehr hat aber diese plattform hat sich auf gaming spezialisiert und gleichzeitig auch ein bisschen auf blockchain es wäre also eigentlich ganz interessant hier mal ein bisschen aus rum zu probieren das habe ich auch schon angefangen aber ich komme hier noch nicht so richtig klar dazu halte ich euch mal weiter auf dem laufenden es gibt zu cita tv es gibt es sogar zwei tokens einmal des t fuel t fuel ist das also der token mit dem man quasi auf der plattform den streamern rewards zukommen lassen kann und so weiter man bekommt auch wenn man irgendwie node laufen lässt t fuel als rewards und dann gibt es noch vom cita networking token und das ist quasi ein anderer token der dazugehört muss sich im prinzip wenn ihr lust habt wenn wenn ihr das spannend findet schaut euch das einfach mal an da gibt es einiges zu entdecken das ganze ist leider finde ich basiert auf einem eigenen wolle das ist also jetzt nicht so einfach dass man hier wenn man mit der mask hat dann irgendwie da direkt mitmachen kann aber zum beispiel die tokens vor allem den t fuel token den gibt es tief viel token den gibt es auf beinance.com auch zu kaufen und von da aus kann man dann in seinen cita tv account irgendwie auch die tokens schicken also man kann es ist relativ es ist nicht besonders anfänger freundlich aber es geht irgendwie man man kann es irgendwie schaffen hier zu arbeiten und man kann es schaffen hier irgendwie mitzumachen es ist eigentlich ganz es ist bestimmt die arbeit die mühe mal wert sich das anzuschauen und da mal ein bisschen was auszuprobieren genau und ich werde das in irgendeiner form demnächst unterstützen indem ich da entweder meine videos veröffentliche oder meine auch meinen stream mache schauen wir mal ich muss aber erst die technik vernünftig auf die reihe kriegen so dann wenn man weiter guckt dann ist hier auch schon das nächste thema zu sehen nämlich kusama und kusama das ist tatsächlich eine wirklich aus meiner sicht bahnbrechende neue entwicklung denn kusama ist eng verzahnt hat hängt thematisch ganz eng zusammen mit polkadot polkadot da laufen ja quasi schon einzelne blockchains also polkadot ist ja ein quasi ein system aus verschiedenen blockchains die über die sogenannte relay chain miteinander verbunden sind das ist die ganze idee eigentlich hinter der skalierung bei polkadot nämlich man hat im prinzip eine gemeinsame blockchain die quasi auf dem layer eins läuft und dann sind mehrere blockchains daran angeschlossen die immer wieder committen also ihren ihren ihre transaktionsdaten oder wie auch immer man das jetzt beschreiben soll ich vereinfach das jetzt mal also die ihren ihren zustand hier auf die relay chain schreiben so dass also die auch alle miteinander verbunden sind es soll bridges geben die zwischen den parat chains also zwischen den einzelnen blockchains quasi daten hin und her schicken oder tokens hin und her schicken und diese parat chains das sind hochspezialisierte sollen hochspezialisierte blockchains sein die also zum beispiel eins für nft ist eins für die fei oder mehrere für die fei und so weiter das heißt also der konsensalgorithmus zum beispiel der hinter diesen blockchains läuft der wird angepasst der kann also optimiert sein auf die anwendung die auf dieser blockchains laufen soll und diese parat chains hier die einzelnen blockchains die gibt es zum teil schon aber die sind noch nicht verbunden miteinander über die relay chain und das ist etwas was jetzt kommen soll in den nächsten monaten und warum was hat das jetzt mit kusama zu tun kusama ist das netzwerk ist quasi eine version von polkadot die zum experimentieren gedacht ist die ist also live das ist eine echte polkadot ein echter polkadot klon der schon live existiert auf dem auch projekte laufen auf denen man auch richtig arbeiten kann aber die der die betonung liegt quasi darauf dass das experimentell ist dann werden zwar echte werte gehandelt aber das risiko ist sehr viel höher das ist also quasi ein testlabor ein live testlabor für polkadot kusama ist eine also quasi dasselbe wie polkadot technisch aber es wird mehr wert darauf gelegt neue dinge auszuprobieren als auf stabilität und kusama wird jetzt also die erste parat chain hier starten und zwar über eine auktion und das ist auch das was bei polkadot wenn das ganze live geht passieren wird es wird ungefähr 100 parat chains geben insgesamt bei kusama und bei polkadot glaube ich auch und welche von welches von den bisher laufenden projekten welche von den bisher laufenden blockchains es schaffen werden auf die relay chain das wird über auktionen passieren die werden also wie ähnlich wie die lte mobilfugt lizenzen oder sowas versteigert und diese die die versteigerung der ersten des ersten slots auf kusama der ersten parat chain des ersten parat slots auf kusama steht unmittelbar bevor unmittelbar bevor bedeutet das passiert in den nächsten ich glaube sieben bis zehn tagen es gibt viele projekte die sich darauf bewerben und da kann man als investor da kann man mitmachen indem man diese auktionen für die einzelnen projekte mit finanziert über einen sogenannten crowd loan das heißt man kann also manchen einigen projekten im grunde ein darlehen geben mit dem die sich diesen parachain slot hier sichern können und dafür bekommt man von diesem projekt dann entsprechend tokens zurück als belohnung aber man hat ja seine eigenen assets die man denen gegeben hat den nur geliehen das heißt also man bekommt die tokens von diesen blockchains plus irgendwann eines tages die tokens die man denen geliehen hat zurück das heißt also doppelt man kann hier im prinzip doppelt profitieren aber das ganze ist leider doch ein bisschen komplizierter und das ist aber etwas da deutet sich schon mal an dass also polka dort jetzt so langsam erwachsen wird und wenn also kusama wenn das wenn die erste parat auktion auf kusama erfolgreich gelaufen ist und technisch funktioniert hat dann wird es relativ schnell auch mit polka dort weitergehen dann kommen die ersten parat chains auf polka dort und das hat sich also tatsächlich auch im kurs von kusama hier diese wochen niedergeschlagen die 43 prozent gestiegen über die woche man sieht es ja hier auch und wie man sieht ergibt sich hier noch mal eine kleine kaufgelegenheit denn die crowd loans die man also den kusama projekten gibt damit die sich für diesen parachain slot bewerben können diese loans die gibt man die muss man in ksm geben also das heißt wenn man diese da mit finanzieren möchte dann braucht man ksm tokens diese werden in den nächsten tagen relevant und das kann unter umständen bedeuten dass der kusama token noch mal steigt im wert das bedeutet zwei dinge zum einen wenn man das finanzieren möchte sollte man sich meiner meinung nach ein bisschen beeilen denn bevor das wieder steigt muss man natürlich möglichst günstig die kusama tokens kaufen wenn man noch keine hat die andere sache ist natürlich ist es auch schön hier auf eine kurssteigerung zu hoffen und zu setzen und vielleicht hier ein bisschen was mitzunehmen so zu dem thema kusana kusama parachain auction mache ich diese woche ein live stream und zwar möchte ich ganz gerne in diesem stream mit denjenigen die bock haben gemeinsam hier investieren und in einen solchen crowd loan reingehen dafür gibt es hier zwei kandidaten zum einen gibt es das moon beam projekt das also es gibt noch mehr kandidaten aber ich möchte ganz gerne hier quasi mitmachen und zwar bei moon beam und bei akala wobei die projekte konkret anders heißen es geht um karura das ist quasi akala auf kusama also total irre diese ganzen wörter jetzt immer es wird wahrscheinlich auch total verwirrend also kurara ist ein projekt in das ich gerne investieren möchte wo ich ganz gerne mit in den crowd loan gehen möchte der dafür sorgt dass dieses projekt den ersten parachain slot auf kusama bekommt und moon beam ebenso warum mache ich das weil das sind zwei ethereum compatible smart contract platforms quasi das sind also zwei ethereum kompatible plattforms das heißt projekte die jetzt auf ethereum laufen auf der beinen smart chain auf polygon und so weiter die können eins zu eins übertragen werden auf polkadot über dieses moon beam und dasselbe gilt für kurara kurara ist ebenso ein ähnlicher ansatz man hat ja also quasi eine ethereum kompatible blockchain die dann auch sich bewirbt für einen der ersten parachain slots auf kusama und da möchte ich ganz gerne also mitmachen und ich werde also das in einem live stream machen ich werde für mich hier bewerben das ist nicht besonders schwer sich zu bewerben man muss hier einfach nur quasi wallet verbinden und wo als wallet erstellen wollen verbinden in eine mailing liste eintragen und so weiter und das mache ich ganz das mache ich am dienstag live und zwar dienstag 14 uhr und zwar 14 uhr jetzt deutscher zeit und da mache ich ein live stream wenn ihr da mitmachen wollt dann kommt einfach in den stream dann können wir zusammen also zeige ich in erster linie denke ich mal wie man da reinkommt und was man da machen muss und ihr könnt fragen stellen und wenn ich nicht weiter weiß dann frage ich euch halt ne so also das ist dienstag um 14 uhr dienstag ist dann was haben wir eigentlich für ein datum am dienstag schauen wir doch mal kalender ich blende das jetzt hier auch noch mal ein das ist ja hier ein bisschen durcheinander dienstag ist der achte sechste also am achten sechsten um 14 uhr mache ich mein stream dazu gut das ist das die dann gibt es noch so zwischendurch was zum amüsieren glaube ich und zwar hat jetzt habe ich hier auf reuters gefunden die meldung dass die eu jetzt auch ein eigenes wallet rausbringen möchte und zwar block white also das heißt die gesamte eu bekommt jetzt ein eigenes digitales wallet sehr schön da freuen wir uns alle gut gemacht eu super endlich können wir unsere stable coins hier irgendwie in ein offizielles wallet packen aber nein so ist es ja nicht denn die es wird eine app sein und mit der app können wir also jetzt unsere online unseren online ausweis und so weiter alle möglichen dokumente wenn wir zum amt gehen können wir die da abspeichern und davor zeigen und es wird aber peinlich darauf geachtet also hier mit fingerabdruck scanner und retina und also im kram also super super sicher alles natürlich und also das war jetzt nicht ernst gemeint und die aber man achtet hier besonders auf eine structural separation to prevent companies that access user data from using the wallet okay also das heißt im prinzip man möchte natürlich verhindern dass jetzt facebook hier die ganzen id sachen abgreift was ja auch total okay ist aber gleichzeitig wird das natürlich bedeuten die natürlich ist es kein krypto kompatibles wallet natürlich werden wir weiter metamask benutzen oder unser ledger hier wird nicht irgendwann so eine kleine eu flagge sein mit der wir dann irgendwie unsere die fahre sachen machen können schade eigentlich chance verpasst vielleicht kommt es ja noch irgendwann wir werden sehen also eu eigenes wallet das soll jetzt in ein paar tagen hier rauskommen bin ich ja mal gespannt wer das nutzt ich bin auch mal gespannt wie das auf den ämtern angenommen wird wenn ich dann da mit meinem eu wallet ankomme und wie lange das dauert bis sie das akzeptieren so aber wie auch immer also wir sehen es geht irgendwie auch weiter die idee von digitalen wallets kommt allmählich an in den behörden und in der politik dann nächstes thema und zwar ethereum skalierungs lösungen dass es geht um leer zwei lösungen zum einen polygon bei polygon gibt es jetzt es gibt jetzt tatsächlich von der exchange ok coin eine integration eine polygon integration die polygon integration bedeutet dass wenn man jetzt auf ok coin crypto traded und tokens hat die man gerne auf polygon weiter nutzen möchte dann kann man die direkt auf polygon abheben man muss also nicht auf ethereum abheben und von da aus dann quasi über die token bridge zu polygon gehen oder über irgendeine andere geschichte man kann im prinzip also direkt auf polygon übertragen das ist super weil man spart natürlich die ganzen ethereum transaktionsgebühren die anfallen wenn man über die token bridge vom ethereum netzwerk rüber geht zu polygon ich habe mal nachgeschaut ok coin ist also tatsächlich auch verfügbar in deutschland ich weiß jetzt nicht wo habe ich es gefunden keine ahnung ja schaut mal so jedenfalls man kann in deutschland auch separ überweisung machen das ist also hier so ein exchange der sich wahrscheinlich erst mal vorläufig anbietet wenn man also hier quasi mit polygon viel arbeitet weil man ja dann auch aus cashen kann und das auf sein euro konto über eine separ überweisung übertragen kann der direkte weg also vom eigenen bankkonto zur polygon hin und zurück das gibt es hier jetzt bei ok coin eine andere sache ist arbitrum arbitrum ist ein eine andere leer zwei lösung außer polygon polygon ist ja eine sogenannte commit chain das ist also quasi eine block chain die regelmäßig ihren eine check summe der gesamten des gesamten zustandes der block chain also das heißt alle transaktionen alle wolle stände und so weiter alles smart contracts die da deployed sind werden zu einer check summe zusammengefasst und diese check summe wird dann in regelmäßigen abständen auf der ethereum block chain abgespeichert damit ist sichergestellt dass also der zustand dieser block chain quasi immer stimmt und und überprüfbar nachvollziehbar ist und arbitrum ist eine andere lösung das sind sogenannte roll ups die funktionieren technisch ein bisschen anders und die erste roll up lösung es gibt viele verschiedene die kommt jetzt also die ist jetzt live seit einiger zeit seit zwei drei tagen also jetzt hier der 29 mai also ist eigentlich schon sogar eine woche also seit einer woche ist die ist das live arbitrum aber nur zurzeit für entwickler das heißt also man kann hier quasi als entwickler schon mal irgendwelche projekte deployen tokens deployen und so weiter ist komplett offen jeder kann das machen der also als entwickler in sowas technisch in der lage ist das zu tun das wird gemacht es ist aber noch nicht offen für normale user die projekte sind glaube ich auch noch zurück größtenteils im verborgenen unter anderem hat auch uniswap angekündigt auf arbitrum eine version anzubieten meines wissens wird auch irgendetwas im bereich sushi swap oder so passieren muss man nochmal gucken aber jedenfalls also arbitrum ist jetzt das mainnet ist live es ist nur verfügbar für entwickler und wird dann in den nächsten wochen wenn genug projekte da laufen auch freigegeben dann hätten wir schon zwei leer zwei lösungen für ethereum das würde dann wahrscheinlich auch eine ganze menge druck aus diesem ganzen netzwerk nehmen denn die ganzen die fall sachen werden da bin ich sicher nach und nach auf die leer zwei lösungen wechseln da sind die transaktionen sehr schnell da sind die transaktions gebühren sehr niedrig und das kommt also auch in den nächsten wochen arbitrum hat zurzeit noch keinen eigenen token man kann hier also eigentlich nicht noch nicht wirklich investieren es wird hier aber vom fair launch gesprochen und möglicherweise wird es auch ein token geben mit dem man dann später hier selber arbeiten kann dass hier ist es kennen ist noch da drauf und das heißt also es wird auch einen schönen blog explorer geben und so weiter also hier passiert einiges es lohnt sich arbitrum meiner meinung nach ein bisschen im blick zu halten so das ist also jetzt das neueste von den ethereum layer 2 lösungen und jetzt habe ich noch zwei meldungen zwei dinge zu erzählen und zwar zu projekten die in meinem stream immer wieder vorgekommen sind zum einen haben wir hier integral integral oder integral das ist ja ein innovativer exchange auf ethereum läuft der zurzeit da hatte ich vor einigen wochen mal ein video zugemacht ich werde das hier auch noch mal einblenden dann kann man das noch mal gucken die haben einen sehr innovativen neuartigen ansatz die idee dahinter ist dass sie quasi die liquidität anderer exchanges kopieren und mit einem gewissen algorithmus auf ihre liquiditäts puls übertragen das bedeutet also dass man im prinzip immer die besten preise hier bekommt man kann hier die preise von anderen exchanges kopieren man kann das order book kopieren und die idee ist ziemlich neu und experimentell aber irgendwie auch vielversprechend integral hat quasi ein token versprochen den integral token und der integral token den gibt es noch nicht zurzeit aber man konnte quasi schon diesen token meinen indem man in deren liquiditäts pools einzahlt dann hat man also quasi irgendwo ein kontostand angezeigt bekommen auf dem konnte man sehen also ich habe jetzt schon einen integral token verdient aber diesen token den konnte man noch nicht abheben ins wallet weil es den token auch noch gar nicht gibt und inzwischen ist es also so dass jetzt am 11 juni dieser token rauskommt das ist das token generation event am 11 juni das ganze läuft so dass man sich hier bewerben muss wenn man also ein integral token haben möchte dann muss man sich für dieses event werben man muss bis 7 juni 15 uhr 30 gmt know your customer dokumente ein abliefern also das heißt man muss im prinzip sich da identifizieren das passiert weil man aus rechtlichen gründen us investoren ausschließen muss also us persons and corporations are not permitted to take part in this auction wir in der eu dürfen damit machen aber wir müssen nachweisen dass wir nicht aus den usa kommen deshalb muss man das hier abliefern danach wird dann am 11 juni eine auktion beginnen diese gnosis auction das muss man sich auch mal in ruhe durchlesen die läuft im prinzip aber so dass man quasi gebote einreichen kann man kann sagen ich möchte so und so viele tokens zu dem und dem preis kaufen und diese gebote werden dann gesammelt in eine art liste eingetragen und die besten gebote werden genommen bis alle tokens weg sind und das das passiert am 11 juni irgendwann endet die auktion am 14 juni also in der zeit muss man seine gebote abgeben und danach wird dann der token quasi verteilt und gleichzeitig fängt auch das westing an der tokens die jetzt schon als rewards verteilt wurden wie zum beispiel beim liquidity mining wo ja eine sechs monate westing periode losgeht diese sechs monatige westing periode gilt also für die leute die jetzt schon tokens verdient haben und die beginnt dann am 14 juni wobei bei dieser westing periode die tokens in kleinen schritten nach und nach freigegeben werden also das heißt sechs monate sind 180 tage ungefähr und in den nächsten 180 tagen wird immer 180 der verdienten tokens dann freigegeben so dass man also dann auch am markt mit seinen verdienten tokens nach und nach teilnehmen kann die idee dahinter ist logischerweise dass jetzt nicht alle sofort am 14 juni ihre tokens auf den markt schmeißen können und dann der kurs total tankt das ist irgendwie die idee dahinter und diese die westing periode fängt also dann an das ganze kann man also nachlesen in dem substack von integral ich zeige auch noch mal ganz kurz den weg wie ich das gefunden habe also ich bin zum beispiel auf den integral exchange gegangen bei integral link und beim integral link habe ich dann hier auf learn more geklickt und bei learn more geht es dann hier weiter zum substack und bei beim substack findet man die ganzen artikel unter anderem auch sehr wichtig ist hat ein token split gegeben oder es wird einen token split geben 1 zu 10.000 das heißt also wer beim liquidity mining mitgemacht hat und einen integral token gemeint hat der bekommt am ende 10.000 integral tokens das hat man glaube ich gemacht weil irgendwie das zu wenig nach zu wenig integral tokens aussah so das ist das die nächste sache über die ich noch erzählen möchte ist wir haben ich hatte über das spartan protokoll erzählt es hat ja einen hack gegeben da sind die liquiditäts pools die alten pools von spartan gehackt worden und größtenteils auch leer gemacht worden das heißt also wenn ihr ich habe auch ein video darüber gemacht auch das blende ich hier noch mal ein wenn ihr in diese pools hier in die v1 pools investiert habt dann ist es sehr wahrscheinlich dass ihr eure tokens die hier eingelegt habe zu einem aller zu einem sehr sehr großen teil verloren habt und dafür hat es also jetzt in den letzten wochen schon das ist schon was älter die meldung aber ich wollte es jetzt mal nachschieben dazu hat es also hier eine kompensation gegeben und zwar wird der token neu aufgelegt das ist die version 2 des tokens die version 2 des tokens die dient dazu quasi die verlorenen tokens zu ersetzen das bedeutet aber nicht dass der wert der verloren gegangen ist ersetzt wurde ist mal ganz wichtig zu verstehen man kriegt dann einen neuen token aber der neue token ist in der regel nicht so viel wert wie der alte token sieht nur dann import money besser aus weil man einfach eine große größere anzahl davon hat und es fühlt sich gut an weil man irgendwie eine kompensation bekommen hat aber in wahrheit hat man natürlich doch das geld verloren was man oder die werte den wert verloren den man eingelegt hat weil das ganze natürlich irgendwo nichts anderes ist als eine verwässerung aber natürlich ist es wichtig dass man sich diese kompensation holt wenn man hier betroffen ist und das muss man das macht man man kann in man kann hier quasi die alten tokens die man noch hat umtauschen in die neuen tokens dafür muss man hier erstmal aus dem pool rausgehen selbst wenn ihr von dem hack betroffen seid es ist gut möglich dass noch etwas von euch übrig ist was da von euren assets übrig ist was da noch drin liegt dazu muss man das ganze erstmal hier an bonden man muss also quasi die tokens die man gestakt hat hier abholen genau wie natürlich auch den rest claimen falls man hier noch was zu claimen hat und mit bond dann hat man erstmal seine liquiditäts pool tokens zurück die vorher gestakt waren dann geht man hier obwohl man eigentlich aus dem pool raus will auf join das ist wie super verwirrend man geht auf join und kann dann hier mit remove aus dem pool seine tokens abholen dann hat man die sparta version 1 tokens erst in seinem wallet und der nächste schritt ist dann man geht quasi auf die startseite von sparta und bei der auf der startseite von sparta kann man hier mit upgrade sparta seine v1 tokens in v2 tokens wieder umwandeln mit dieser upgrade page hier ja super alles auf deutsch ist die wieder so eine fürchterliche übersetzung rüsten sie ihren v1 sparta zu v2 und anspruch anspruch fehlende sparta von v1 furchtbar also ich stelle mal um auf englisch also upgrade your v1 sparta to v2 hier kann man die also quasi upgraden und wenn man von dem heck betroffen war dann kann man hier noch quasi seine kompensation claimen dadurch bekommt man dann eben neue sparta tokens mit denen man weiterarbeiten kann das sind quasi die neuigkeiten die ich gerne mit euch hier besprechen wollte ich werde diese woche vermutlich auch noch einen weiteren live stream machen und zwar möchte ich ganz gerne ein neues die fall portfolio aufbauen ich denke das mache ich am donnerstag und zwar am donnerstag um 14 uhr genau machen wir das am donnerstag um 14 uhr da machen wir da mache ich ein live stream und da werde ich ein neues die fall portfolio aufbauen das allein auf polygon basiert wenn ihr also interesse habt in polygon die fall zu machen hier gibt es ja so einiges hier gibt es aber hier gibt es curve auch und bv und so weiter nur eben nicht auf der beinen smart chain sondern auf polygon mit sehr sehr viel besseren ap wise als bei der beinen smart chain wenn ihr also irgendwie starten wollt mit polygon ich baue ein neues portfolio auf das mache ich in einem live stream ihr könnt dazu kommen und entweder mitmachen oder euch auch mit eigenen ideen einbringen ich beantworte auch jede frage zu dir zu der ich dann auch eine antwort weiß ach auch die wo ich nichts darüber weiß die beantworte ich trotzdem irgendwie und dann freue ich mich darauf wenn ihr da dabei seid also zwei live streams diese woche dienstag 14 uhr machen wir kümmern wir uns um die paratrain auctions auf kusama sehen zu dass wir da mitmachen das ist quasi ein historisches event meiner meinung nach kommt dass auch dem ethereum crowdsale und so weiter nah also jetzt könnt direkt von anfang an mitmachen und das machen wir zusammen am dienstag um 14 uhr und am donnerstag um 14 uhr live polygon neues die fall portfolio ich zeige den genauen workflow ich zeige wie man in polygon reinkommt ich zeige die projekte wo man investieren kann das habe ich zwar alles in meinem in meinen videos schon gemacht aber ihr findet das dann diesmal alles in einem gesamtzusammenhang und könnt euch mit fragen einbringen super also dann ich freue mich auf nächste woche auf die zwei live streams viel spaß bis bald